Hallo und herzlich willkommen zurück zu OtherSide. Ich bin MrKataVie und wir haben beim letzten Mal den Diakon besiegt. Einen sehr, sehr, sehr einladenden Gesellen, muss ich gestehen. Warte, 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 warte. Hier und dort noch eins. Da ist er, der Diakon. Jedes menschliche Herz kann reine Grausamkeit in seinem Kern bergen. Wie ein... Jedes menschliche Herz kann reine Grausamkeit in seinem Kern bergen wie einen schwarzen, zähflüssigen Tumor. Von einer göttlichen Stimme angetrieben, adoptierte der Diakon das Kind, doch sein Herz war bereits zu bitter, um die arme Kreatur zu lieben. Als das Kind eine solche erkrankte, sperrte der Mann Gottes es in seinen feuchten, lehmigen Keller. Was anfangs nur Abscheu gegenüber dem Kind war, wurde schließlich zu Ekel und sogar Hass. Die Diakon kannte keinen einzigen Moment der Tugend. Er war unermüdlich in seinem Versuch, die Unschuld in jeglicher Form zu verderben und zu schänden, unter dem Schutz eines scheinheiligen Glaubens und mit einem raubtierartigen Grinsen. Von der Macht des Leids verdorben wurde der Diakon zu einem schändlichen Schwein, notdürftig unter einer dicken Schicht organischem Lebens und klebriger Galle verborgen. Eine Büchse der Pandora, seine eigenen Sünden, auf der Brust ein klaffendes Schloss eingraviert, in der Hand ein Zepter in Form eines Schlüssels. Sehr einladen. Den haben wir besiegt und ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben. Wir haben uns wirklich schlecht angestellt. Wirklich. Also ich habe mich schlecht angestellt. Mit vielen, vielen dummen Handlungen, Sachen die ich nicht gelesen habe, weil ich einfach zu überfordert war mit all dem. Ich habe halt von euch auch sehr gute Tipps bekommen, dass ich jetzt wirklich viel mehr mit der, mit der, mit den Schutz, also es gibt ja mehrere mit diesen Schutz-Fähigkeiten arbeiten muss, auch wenn sie Lebenspunkte kosten. Also dass ich Munitionsabfangen und ähnliches machen muss, um meine Töchter zu schützen. Es wird immer schlimmer. Und dann muss ich einfach die Lebenspunkte ein bisschen opfern. Das werde ich versuchen umzusetzen. Ich habe auch noch ein paar andere sehr gute Tipps bekommen, dass man mehr mit den Seelenschützen arbeiten soll, weil die ziemlich mächtig sind und wir auch. oder uns keinen eigenen Schaden zufügen müssen. So muss man das sagen. Also wir haben kein Friendly Fire. Das war eine Frage, die ich beim letzten Mal gestellt hatte, ob ich mich mit den AOE-Angriffen oder mit einer getränkten Klinge selbst verletzen kann. Und das habt ihr, hat Karana probiert und hat gesagt, nein, man kann sich nicht selbst verletzen. Was sehr nett ist. Und dann wollte ich noch zwei Dinge sagen. Und zwar zum einen, wir sind ja Tag 15 Ära 3, der nächste Boss steht, ein besonderer Boss. Insoweit, dass ich weiß, kein Spoiler, kleiner Spoiler, aber ich weiß, das ist insoweit besonderer, weil bei diesem Boss können wir eine weitere Tochterklasse freischalten. Und das nächste ist, ich habe, wie ihr vielleicht seht, schon eine Synapse. Das war, ähm, mehr ungewollt. Also ich habe die gespielt und aufgenommen und dann war leider ein technisches Problem aufgetreten und die Aufnahme war da nieder. Und ich kann leider nicht zurücknehmen, weil das Spiel speichert ja immer wieder. Ich habe ja nicht die Möglichkeit, in normalen Fällen würde ich einfach sagen, okay, scheiß drauf, kaputt. Passt halt, mache ich nochmal. Geht hier nicht. Das heißt, das ist vorbei. Es ist nicht so Schlimmes passiert. Ihr habt also nichts so Großes verpasst in der Hinsicht. Was ihr verpasst habt, sind neue Gegnertypen. Die werden wir aber garantiert jetzt auch häufiger sehen. Ich möchte nur ganz kurz einmal zeigen, was wir an neuen Gegnertypen schon entdeckt haben. Was uns jetzt begegnen wird und zwar der Seuchenprophet, der im Prinzip einfach eine Seuchenmitzger-Variante 2.0 ist. Die Fluchhexe, was ein Fluchpraktiker 2.0 ist, mit AOE-Angriffen. Und die Verwüster, das sind die Aasfresser 2.0, die auch eine gemeine Fähigkeit haben. Sie können nämlich auf den Angriff eines anderen Gegners reagieren und zusätzlichen Schaden anrichten. Die Sache ist, ich habe nicht viel davon gesehen, weil ich habe die stärkeren Töchter mit in den Kampf genommen, um die neuen Gegner entsprechend sehen zu können und nicht sofort Töchter darauf zu verlieren. Deswegen Lady Azouk, Lilith und Mrs. Cutterfee ist jetzt mit dabei als Seelenschützin. Ich habe eine der Seelenschützin, die auf unserem Friedhof waren, wiederbelebt... Es ist echt doof, weil ich im Vorfeld noch so ein bisschen Sachen gemacht habe. Jedenfalls habe ich eine Seelenschützin wiederbelebt und Mrs. Cutterfee genannt. Das war ein Wunsch von DDM. Habe ich natürlich gemacht und sie hat gleich mitgekämpft. Lilith hat ein bisschen was abbekommen, wie ihr seht, aber sie ist halt ein Frontschwein und Lady Azouk und Mrs. Cutterfee haben eigentlich nur Schaden bekommen. Lady Azouk hat einen Angriff abbekommen und ansonsten hat der ganze Schaden einfach durch diese Schutzfähigkeiten entstanden. Nun ja, und dann habe ich noch eine weitere Seelenschützin auskeimen lassen und zwar Grace, damit ich die Möglichkeit habe, jetzt eine weitere Seelenschützin ein bisschen aufzuleveln. Also ich brauche sowieso mehr Seelenschützen, weil ich habe nur zwei jetzt, das war so unumgänglich. Und ich möchte auch dann nach und nach noch mehr Seelenschützen bzw. mehr Töchter auskeimen, denn auch da habt ihr gesagt, man braucht mehr. Zum einen, weil wir haben ja schon einmal gesehen, dass es nur vier Synapsen-Tage gab. Was auch sehr spannend ist, dass die Tage und die Synapsen ja zufällig sind, aber es scheinbar so ist, dass irgendwie es eine bestimmte relativ feste Kombination für bestimmte Sachen gibt. Also auf einer Map spawnen in einer bestimmten Art von Missionen immer genau die gleichen Gegner an der gleichen Stelle und solche Sachen. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Random-System, was dahinter steckt. Und wir werden ja auch vielleicht nochmal eine Mission haben, wo wir vier Töchter wieder dabei haben und deswegen müssen wir mal gucken, dass wir ein paar noch als Backup haben. Zur Not, um sie als Heilquelle zu nutzen. Wir machen eine anspruchsvolle Jagd mit vor Wüste und garantiert auch dem Rest. Und da nehmen wir Desire, wir nehmen Grace und wir nehmen Melody zum Leveln. Ja, Melody zum Leveln. Das wird so schief gehen. Viel Erfolg, ihr drei. Und wir müssen versuchen, dass Grace den Top-Schaden macht. Das wäre mein Fokus so ein bisschen. Viel mehr müssen wir vor dem Endeffekt geben, um ihr die Erinnerung, äh, Eigenart zu geben, dass sie aggressiv wird und damit 50 Schaden extra macht. Hier sind die Legionen inwanderung und diese Stadt in Purgatrie. Oh! Interessant. Hier? Kommen die hier raus? Aus diesem Schleimloch? Oh Gott, hier, guck mal, die Aasfresser. Die machen Geräusche, ist ja angenehm. Spider-Man! Und hier, das sind die neuen Gegner. Das sind die neuen Gegnertypen. Da sehen wir sie gleich. Der ist solchen Prophet. Kann sich normal bewegen. Hat einen Basisangriff mit 1040 Schaden. 78 Rüstung, 2000 Lebenspunkte und als Fähigkeit umgeschmiedete Rüstung. Er kann seine Rüstung zwar nur für 20 und sehr tief einhält, aber... 700 Rüstung erhöhen. Großes Tennis. Davon haben wir zwei Stück. Und die Verwüster können Klauenangriff, fügt zweimal Schaden zu. Kennen wir nur nicht ganz so heftig. Und kann diesen Vergeltungsangriff. Und das ist halt, wenn ein Gegner Schaden zufügt, kann er noch mal ergreifen. So habe ich jedenfalls die Beschreibung jetzt gelesen. Interessant, es hat einen Ausweichenwert von 30%. Müssen wir darauf achten. Und ich finde, die sehen echt nicht schön aus. Also von Angriffsmustern sind sie genauso wie die anderen bisher. Also wie die Version 1.0 ihrer Vorgänger. Das heißt, die Aasfresser greifen angeblich die Tochter, die am weitesten entfernt ist, an. Und die solchen Propheten greifen wie die solchen Metzger entsprechend das nächste Ziel im Kampf an. Und solche Sachen. Gucken wir mal, wie es läuft. Wir können aber alle einmal vorher dran sein. Desire. Du kannst aber zum Beispiel gar keinen Schutz... Gar keinen Schutzangriff. Du kannst nur dich selbst schützen. Was völlig in Ordnung ist. Aber... Das könntest du nutzen. Aber wir müssen jetzt erstmal ran... Ist die Frage, gehen wir ran oder gehen wir weg? Das sind alles Nahkämpfe. Wir können die auch alle kommen lassen. Wir könnten die auch alle zu uns kommen lassen. Indem wir uns einfach mal hier hinten hinstellen. Außerhalb der Reichweite, außerhalb der Reichweite. So, jetzt aber die Sache... Ihr seid noch nicht außerhalb der Reichweite von den beiden solchen Propheten. Weil die wenigstens an die Kante gehen könnten. Deswegen gehst du mir nach hier. Und wartest ab. Melody... Geht nach hier. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, stehst du ja so, dass du... Dass dieser solchen Prophet sich genau hier hinstellen könnte. Bedeutet für mich, du machst eine getränkte Klinge in diesen... In diesen Angriff. Und Grace... Du gehst nach... Hier. Und kannst dann ja nichts mehr tun. Du könntest zwar einen Munitionsabfang machen, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht nötig ist. Jetzt gerade schon direkt Lebenspunkt zu verbrauchen, wo du eh nicht so viel hast. Problem fällt mir gerade... Oh! Problem fällt mir gerade auf... Du musst den meisten Schaden machen, ne? Okay. Und jetzt macht natürlich Melody erstmal gleich... Leg das mal los mit 1000 Schaden oder sowas. Schön ist, dass die halt echt super verzögert werden. Seht das... Die gehen auf... Die sind immer auf Energie... Auf... So... Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Desire. Du kannst wuchten. Du könntest... Jetzt die Sache ist, ich würde... Das Problem ist, dass die gleich nochmal dran sind. Du könntest dich nach hier stellen und wuchten. Dann wäre der wenigstens verzögert. Das Problem ist natürlich, dass die Arztfresser, die am weitesten entfernte Tochter angreifen, das wäre Grace, da würden sie rankommen. Und nach da kommst du zwar, aber kannst dann nur noch einmal wuchten, aber beide würden an Grace rankommen. Dann gehen wir wirklich nach hier. Und dann wuchtest du den mal hinter Grace. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht in die Protokolli komme, dass Grace gleich von dem einen Angriff... ...stirbt. Wir schauen mal. Es kann ja sein, dass wir jetzt Grace gleich am Anfang verlieren. Nein, du greifst die Seier an. Die weitesten entfernteste Tochter und so, ne? Die am weitesten entfernte Tochter. Ah, vergelt das Angriff. Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn jetzt die Seier Schaden bekommt... Das schreit nach... Das schreit nach solchen Späßen, dass sie mich jetzt hier hinstellen und ne... Ich könnte mich aber auch hier hinstellen und ne getränkte Klinge nach hier machen, ne? Ja, das Problem ist, dass Melody halt hier echt so viel Schaden anrichten wird... ...da kommt Grace gar nicht hinterher. Naja, dazu kommt noch, dass ich halt... ...relativ geringe Angriffs... ...also Schadens... ...Äh, Trefferchancen hat. 30% ausweichen ist halt schon heftig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einer ist tot. Und dann machst du mir einen Munitions-Empfang. Nur für den Fall. Die Seier, du wuchtest jetzt ein bisschen und zwar... Du wuchtest auf jeden Fall ihn hier. Ja... Du musst jetzt ihn wuchten. Damit er hinter dem... ...hinter dem... ...auf sogar einen Schlag kommt. Ja, das sind halt so Angriffe. Das sind halt so Angriffe... ...und da kann Grace halt ganz wenig... Oh, da oben kommen ganz, ganz viele. Ein Verwüster, ein Wurm... ...und noch ein Verwüster. Und dann kommt noch... ...irgendwo kommt noch ein Gegner, wenn ich das richtig sehe. Okay. Bedeutet für mich folgendes, dass wir mal schauen, wie weit könnt ihr laufen. Dann gehen wir nämlich ein bisschen auf Distanz. Bei dem Wurm, der wird uns ja eh entgegendackeln. Und Melody wird sich jetzt ein bisschen zurückhalten. Du hast schon mehr als genügend Schaden angerichtet. Du warst schon sehr fleißig. Aber jetzt müsste Grace ein bisschen Schaden machen. Boah, das wird nie was. Die kommt nie, auch nur ansatzweise auf den nötigen Schaden. Eine Wucht macht mehr Schaden als Grace mit zwei Angriffen. Nochmal kurz gucken. Okay. Ich versuch's natürlich trotzdem. Hallo! Seelenschützen sind auch wirklich... ...gerade so am Anfang irgendwie... ...gefühlt nicht dafür geeignet, viel Schaden anzurichten. Was bist du und warum kommst du? Was bist du, bitte? Können wir ganz kurz darüber reden, dass du 4000 Lebenspunkte hast? Dass das eine anspruchsvolle Mission ist und in der... ...die andere Jagd war schwierig. Warum kommt hier ein Jäger 2.0 mit 4000 Lebenspunkten? Fügt dreimal Schaden zu. Andrang verursacht bis zu 500... Wenn sie sich am Beginn ihrer Runde auf einem angrenzenden Feld... Wenn... was? Wenn sie sich am Beginn ihrer Runde... ...macht er das immer? Kann er das automatisch machen? Muss er darauf nicht reagieren? Schwenkende Glieder und Reflex hinterbricht eine Tochter bei dem Versuch... ...ein Nahkampf an... ...aus der... Wie bitte? Wie bitte? Ich habe ganz spontanes Gefühl, dass wir... ...nicht dazu kommen können, Grace, dir den meisten Schaden anbringen zu können. Das funktioniert leider nicht. Wir haben hier ein bisschen... ...spontane Probleme bekommen. Warte mal, wann seid ihr dran? Gleich. Könntest du, wenn du nach da gehst, kannst du nicht nochmal angreifen. Wenn du nach da gehst, könntest du eine getränkte Klinge auf diese beiden machen. Machen wir eine Festsetzungshaltung. Um gegen die... Weil die werden in den Nahkampf hoffentlich ein bisschen gehen. Schauen wir mal, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also, Desire, du musst jetzt auf jeden Fall ihn hier mal ein bisschen nach hinten wuchten. Und... ...dann ihm hier auch noch Schaden zufügen. Wirklich, das ist das... ...die ist die leichtere Mission von den beiden gewesen. Fantastisch. Nicht so fantastisch. Ahhhh! Was zum Geier?! Das war die anspruchsvolle Mission, nicht die schwere! Was passiert hier?! Was passiert hier?! Was passiert hier?! Okay, wir müssen einmal einen Schuss machen und ihn weghauen. Was ist mit dem Wurm da gerade passiert? Warum war der einfach mal riesig? Wir müssen unbedingt einen Munitionsabfang machen. Oh mein Gott, Desire ist fast tot! Und ich dachte, es ist die leichtere, ich kann ein bisschen leveln! ... Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut gemacht! Nein! Und da ist sie tot. Oh, Melanie, die tötet einfach. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben niemanden, der verzögern kann. Und der ist, der tötet uns alle. Der tötet uns alle. Ähm... Der ist auch sehr hübsch, muss ich sagen. Also, hui, der ist schon wirklich hübsch. Das ist nicht fair! Das ist nicht fair! Kann ich da jetzt einfach rausgehen? Ich würde jetzt gerne rausgehen und einen... Oh, warte mal, könnte ich... Könntest du nach hier gehen? Dann hast du... Dann würde Melody gleich einen Flankenangriff machen. Wenn ich jetzt nämlich einen Schuss auf ihr ansetze, vielleicht... Oder? Nee, macht keinen Unterschied, okay. Und dann machen wir auf jeden Fall Munitionsabfang. Also, das hätte ich gar nicht machen müssen, die beiden Lebenspunkte opfern, weil... Doch bei... Bei Grace... Auch noch nicht eigentlich. Na, egal. So, wir können jetzt... Wir können leider... Wir können nur einmal schlitzen, weil sie nicht genügend leben. Also, nicht genügend... Was wir machen können, ist, wir könnten nach hier gehen. Dann kann Grace nämlich in den Rücken schießen. Und wir könnten doch eigentlich eine direkte Klinge machen, dann machen wir auf jeden Fall mehr Schaden. So, Grace. Und du machst auf jeden Fall wieder Munitionsabfang. Auch wenn du dich da gerade fast selbst tötest mit, aber... Geht nicht anders! Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was er macht. Okay, was wir auch immer machen wollten, wir wurden abgefahren. Sehr gut. Rüstungsverlust, sehr gut. Ahaha. Kannst du bitte aufhören, was auch immer du machen wolltest. Was genau hast du da jetzt gemacht? Was war Reflex? Nur mal so aus Spaß. Unterbricht deine Tochter bei dem Versuch, aus der Nachkampfrechte zu entkommen? Okay, das wollen wir gar nicht. Wir wollen nicht entkommen. Keine Sorge, mein Freund. Wir wollen gar nicht entkommen. Du hast noch 800 Lebenspunkte. Wir wollen... Festsetzungshaltung hat nicht funktioniert. Das finde ich spannend, weil eigentlich müsste ja... Mein Gedanke war, damit er es vielleicht versteht, dass... Da steht ja... Seine Bewegung in Nahkampfrechtsweite beendet. Ich hatte gehofft ein bisschen, dass dieses Bewegung... Also wieder ein Übersetzungsding ist und dass es da mehr sein Zug gemeint ist. Also dass er, auch wenn er sich nicht bewegt, trotzdem mehr in Nahkampfrechtsweite bleibt und damit den Schaden auslöst. Aber er muss sich dann mal wirklich bewegen. Ich hatte gehofft. Es war jetzt mal wirklich so ein... Ganz ehrlich, wenn der Typ angreift, ist es egal, ob sie 800 oder 1000 Lebenspunkte hat. Sie ist tot. Melody ist tot. Dann machen wir auf jeden Fall wieder in Getränkte Klinge. Mehr Schaden ist mehr gut. Und dann kann Grace nämlich noch versuchen, ein bisschen Schaden zu machen. Und, ähm... Melody hat aber auf jeden Fall... Das Backup. Wir werden jetzt mit Grace alles draufgeben. Sehr schön. Lass sie flurren. Grace hat auf jeden Fall zwei Level abbekommen. Melody 1. Da kann sie auch nochmal eine neue Fähigkeit in Glottomatsch mitbekommen. Beide haben eine Fähigkeit bekommen. Das ist ja schön. So, Grace. Was hast du denn für eine Eigenart bekommen? Ach, gar keine Eigenart, nur eine Fähigkeit. Ich dachte, eine Eigenart. Verdammt. Sie hat ja so... War weit... Ja, das Ding ist halt... Ich konnte nicht mehr darauf Rücksicht nehmen, dass sie die meisten Schaden machen soll. Das war einfach nicht mehr möglich. Ich hatte extra eine anspruchsvolle Mission genommen, in der Hoffnung, dass es okay ist. Dann kann ich mit dem Schild entsprechend genügend Wuchten zur Not und sowas. Aber ich hab hier schon bei Sofortschuss hier schon das mit dem Extra-Schaden gegeben. Aber das hat halt einfach nicht gereicht. Okay. Du brauchst... Ich würde gerne dann das machen. Schattenmunition. Und da packen wir dir... Und da packen wir dir... Widerstand möchte ich dir eigentlich gerade noch nicht geben, weil das ist so selten. Wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall eh wieder Vitae, um ein bisschen... Neue Schildtöchter... Schildträgerinnen auszubilden. Yay. Gut. Und du hast auch eine neue Fähigkeit. Und solche Klingmeistern. Ich liebe... Ich bin ganz ehrlich. Ich liebe Umgehungshaltung. Aber natürlich Empfangshaltung... Umgehung finde ich super. Viel mehr Mobilität. Aber Empfangshaltung ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn man das... Gut koordiniert, kann das... Mach das hier. Das ist... Mach ich das hier? Und hier habe ich halt eine sehr große Mobilität. Hier opfere ich Lebenspunkte, um aber... In der Hoffnung mehr Schaden zu machen. Also möchte ich einen Flanker haben? Oder möchte ich jemanden haben, der... Schnitzelt? Welche Eigen... Hast du schon irgendeine Eigenart? Schaden plus 50. Ja, können wir machen. Empfangshaltung. Tut mir leid, tut mir leid, aber... Dann brauchst du auf jeden Fall bei Empfangshaltung... Ach, ich möchte irgendwas mit Rüstung. Nee, wir machen mal bei Getränkte Klinge auf jeden Fall. Nein! Ich war dumm! Ich dachte, das hier ist Festsetzungshaltung und nicht Empfangshaltung. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe halt einfach nur Reichweite, Schaden im Endeffekt gelesen und habe gedacht, es ist das hier. Ist egal. Aber Schub ist auch okay. Schub ist auch okay. Müssen wir halt nur schuben. Und dann müssen wir nur schuben. Egal. Egal, 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 egal. Dann schauen wir uns auf jeden Fall auch noch im Kodex den neuen Gegnertyp an. Also ich habe zum Beispiel... Das ist wirklich nicht schlimm, weil ich habe von Karana gehört, dass er gerne mit dem Schub arbeitet, was in gewissen Situationen echt nützlich ist. Es gibt natürlich auch Grenzen, aber es scheint auch sehr, sehr nützlich zu sein. Ein Schnitter, der schnittert ist eine tödliche Variante des Jägers. Er reagiert ebenfalls mit einem tödlichen, mit einem schlagkräftigen Angriff, wenn sich ihm eine Tochter nähert. Er will immer das nächste in ihr Ziel mit der höchsten Gesundheit. Ich hasste diesen Ort. Ich hasste diejenigen, denjenigen, der mich hier eingesperrt hatte. Diese Ungerechtigkeit näherte meine tauben, zerstörerischen Zorn. Ich wollte fliehen, entkommen, nicht mehr länger Gefangener dieses welten Körpers, bare jeder Lust und Muskeln sein. Ich wollte diese Welt zerreißen, so wie sie mich zerriss. Jetzt kann ich das. Sehr schön. Nächsten... Nächste Folge werden wir einen neuen Tag beginnen. Mindestens eine neue Tochter beschwören. Eine Schildkämpferin. Und dann hoffen, dass wir nicht gerade einen Abnutzungskampf haben. Dass wir einfach immer mehr... Wir haben jetzt wirklich in drei aufeinanderfolgenden Missionen. Für euch drei auf jeden Fall. Ich habe hier eine inzwischen gemacht, wo nichts passiert ist. Aber ansonsten... In drei von vier Missionen haben wir jeweils eine Tochter verloren. Das ist ein arger Abnutzungskampf, den wir hier gerade führen. Und das sieht nicht gut aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020